Richtig gutes Wetter ist heute. Das ist richtig. Das ist ja schon fast wie in Zypern oder Malta. Aber nur fast. So langsam hätte ich Bock auf den Döner. Das ist wieder Zeit für einen. Ich möchte euch eine Weisheit fürs Leben mitgeben. Auf einem Nutella Brötchen Toastbrot gibt es nicht zu viel Nutella. Es gibt nur zu wenig. Ich möchte euch eine Weisheit fürs Leben mitgeben. Sag mal, du 31er. Ich mache hier gerade eine Story. Du kriegst es immer zum Schluss. Ich mache jetzt nicht für die Story so, als wenn das dein Glas Milch ist. Das ist mein Glas. Sag mal, du 31er. Kaido mag Milch auch sehr gerne, wie ihr gerade gesehen habt. Aber erst mal trinkt Papa, dann kriegt Kaido einen Schluck. Das ist kein Glas Milch. Das ist derzeit hilfreich.